Bayer Leverkusen hat seine Erfolgsserie ausgebaut und einen Rekord aufgestellt. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann am Abend sein Heimspiel gegen Mainz mit 2 zu 1 und blieb damit im 33. Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage. Das war zuvor noch keinem Fußball-Bundesligisten gelungen. Der Tabellenführer baute seinen Vorsprung vorübergehend auf die Bayern auf 11 Punkte aus. Ein eklantanter Torwartfehler von Mainz-Torhüter Robin Zentner entschied am Ende die Partie. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.